ARD Text im Auftrag von Funk ganz offen. Ich bin dran vorbeigelaufen. Gelb, rot, blau. Gelb, rot, blau. Ich muss natürlich nur wissen, wo ich hinbekomme. Da war auch. Gelb, rot, blau. Gelb, rot, blau. Und runter. Ganz runter. Und hoffen, dass ich die Richtung einschlage. Ja. Und oben. Hoffen, dass hier nicht so viele Gegner sind hinter mir. Okay. Natürlich die Großen. Und hier? Ja, da macht sich wieder jemand Freunde. Ich habe viel zu spät gespeichert, oder? Wie das? Du? Wenigstens das. Mein Gott, habe ich lange nicht gespeichert. Na ja, gut. Machen wir das mal schneller. Ich habe wieder Fallschrauben. Nein, tue ich nicht. Ich habe wieder Fallschrauben. Nicht komplett. Ich habe wieder. Okay. Rot, rot, rot. Rot, rot! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Hi Bevor der gleich nervt Schade, dass der erste Schuss nicht treffen will Ich glaube, die sind erst verwundbar, wenn man die richtig trifft Wenn die richtig zu sehen sind Wenn die gespawnt sind Sehr kurz So, blau, gelb, rot Auch schon wieder vergessen Und den ignoriert Yep So, das ist ein Schuss Blau Elb Brot Schauen wir mal kurz den hier nochmal Brot blau gelb Rot Blau 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 Und den unten habe ich wieder vergessen Gr impos cap Get theta Fab Ab Untertitelung des ZDF, 2020 und Mal gucken, was hier abgeht Oh, hier muss irgendwo einen bestimmten Gegner lauern Oh, hier Oh, hier Immer rangehen da, immer rein Nicht die Tasse hier umhauen So, knapp drücken Geht kein Nisch Und speichern kann ich auch inzwischen Und ich sehe schon, dass das wieder Skill ran ist Muss man wieder so skillig laufen Und so lernt mich, dass ich es endgermaßen geschafft habe Ich kenne euch Seid nervig Nicht nur diesen Teil Und Scheiße War mir doch sicher Aus irgendeinem Grund bin ich irgendwo hängen geblieben Naja Jetzt weiter war's, ne? Ja Was ist denn hier? man speichern auf den dritten platz laden vom dritten platz den sprung möchte ich hier nicht noch mal machen deswegen um den vierten platz mal gucken was hier ist nix außerdem hier jetzt ist hier eine tür okay gut nur noch raus und weg das ist der plan das einzige was mich jetzt noch aufhalten könnte wäre dass ich den hier nicht richtig gemacht habe aber ich hab's gemacht und tschüss darauf einen schluck leitungswasser betreten no escape und wie ich jedes mal vergesse dass ich unbedingt auf die maustaste drücken muss das ist ja das ist ja das ist ja das ist ja Und skein. ich muss dann so dran haben viel zu wenig energie und ich habe oben nicht gespeichert ja gut 50 das ist nichts hier bin ich eben reingerannt da gibt es nur diese vier schalter passiert wenn ich so mache angefangen der zweite ist er macht dasselbe alle waren sie mir dieses spiel angeben ist das auch so ein schweger sonntag 3 da bist du na super für den gag versuche ich mir jetzt hier meine gesundheit oder was so ich habe hier noch einen schalter gesehen irgendwo guck an was der macht erst mal nichts dann kann ich hier rein wo zwei davon sind gut aber dann kann ich 24 laden und direkt dahin gehen und mich freuen dass hier das ist ja am arsch naja bin ich wieder bei 50 das heißt ich spreche mal im zweiten ja das wird ein häufiges gespeicher jetzt inzwischen ein zweites mal hier um die ecke und dann da rein und der neue weg der sich geöffnet hat anstatt dass sie das gitter runterfahren ist auch ok der große wieder ja ich habe gespeichert danke ich kenne das hier ausprobieren das klappt ich würde sagen dass es bei 50 doch bestimmt sehr gut ach gut Okay, dann wollen wir den nochmal rausholen, den Kollegen. Wenn ich nur wüsste, wie ich das... Ach ja. Ich bin nur wüsste, wie ich das hier im Moment habe. Ich bin nur wüsste, wie ich das hier im Moment habe.